Hallo, mein Name ist Michael Lübka. Ich komme aus Österreich und bin jetzt hier in Sankt Petersburg. Ich lerne hier Russisch. Die Schule ist super. Die Leute sind super, alles ist freundlich. Die Stadt ist ein Traum und ich habe ganz viele Leute kennengelernt. Ich habe super Lehrer gehabt. Die Organisation ist von vorne bis hinten toll und ich habe jede Menge Spaß gehabt. Das wird an mir.